Was du hier siehst, sind zwei sogenannte Riesen-Aften und die entstehen durch eine Immunreaktion deines Körpers. Tun echt ziemlich weh, sind aber in der Regel harmlos. Wenn du die allerdings öfter bekommst, dann solltest du zum Zahnarzt gehen und es mal untersuchen lassen. Gegebenenfalls muss man da medikamentös dann therapieren.